Astro World Parties für Kids, Kylie bekommt Cheap Storm. Ob Kylie Jenner, 25, dieses Party-Thema so gut durchdacht hat? In den vergangenen Tagen feierten ihre beiden Kinder Geburtstag. Sowohl für Stormi, 5, als auch für ihre, 1, machte die erfolgreiche Beauty-Unternehmerin mächtig Wirbel, sie ließ extra übergroße Nachbildungen der Köpfe ihrer Kids anfertigen. Die als Dekoration dienten. Die Gesichter wurden offenbar in Anlehnung an das Astro World Album-Cover von Stormi und Iris da Travis Scott, 31, entworfen. Doch nach der tödlichen Massenpanik beim Astro World Festival 2021 finden viele Kylis Deko geschmacklos. Auf Twitter brach nun ein Schiedsstorm gegen den Sekar der Cheens Star los, wiegern sie nur? Sind ihr die Todesopfer egal oder was soll hier die Botschaft sein? Astro World Ätzte ein Nutzer gegen Kylie. Ein anderer legte nach, Kylie macht sich hier über die Astro World Opfer lustig. Unter denen auch ein 10-Jähriger war, der zertrampelt wurde. Mir fehlen die Worte. Ärgerte sich ein anderer. Die 25-Jährige entschuldigte sich bisher nicht für die Aktion. Travis war nach der Tragödie bei seinem Festival von den Familien der 10 Todesopfer verklagt worden, weil er die Menschenmenge weder beruhigt noch aufgelöst hatte. Als die Massenpanik ausbrach. Auch dem Veranstalter wurde eine Teilschuld zugesprochen. Beide Seiten sollen sich aber laut Radar im Oktober 2022 teilweise außergerichtlich geeinigt haben. Wie die Einigung genau aussieht, ist nicht bekannt, die Informationen sind streng vertraulich.